Ist es wenigstens hier? Hier ist das Tape. Will ich das wirklich jetzt? Naja, wir müssen es ja machen, ne? Wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir haben es gefunden, also... Scheiße, Alter, das wird richtig qualvoll. Warum ist denn da ein Stern dran? Ist hier auch ein Stern dran? Achso, das heißt, wir abgeschlossen und hier steht... Abgeschlossen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe echt Angst. Ich sehe schon wieder viel zu viel TNT. Okay. Und gucken, dass wir wirklich jede Kiste mitnehmen. Das Objekt reagiert weiterhin vorteilhaft auf Wuppers und verweigert jede andere Nahrung. Ich habe es. Ich habe es. Oh Gott, das war knapp. Hey, nice. Wir haben den Checkpoint schon. Cool. Alter. King Kalle hier, oder was? Das war dumm. Naja, ist ja egal eigentlich. Embryo, bring mir eine Wumpa-Frucht. Der Beutel dax ist so versessen darauf, dass es einsteckend ist. Aber er meistert eine Allergie. Ach, ist schon gut. Du kein Saubermann. Was ist los, brah, Alter? Ach, das da hinten sind Schafe. Warum zum Teufel sind da hinten Schafe? Ich höre die ganze Zeit nur... Alles gut. Alles sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ey, ich bin doch nie so gut durchgekommen. Alter, wie gut wir durchkommen. Wie geil ist das denn? Ja, Alter, wie gut bin ich da bitte schon durchgekommen? Alter, wie geil. Alter, wie gut bin ich da bitte schon durch? So gut sind wir noch nie durchgekommen. Wir sind nicht ein einziges Mal gestorben. Wir sind nicht ein einziges Mal gestorben in dieser Runde. Wie geil. Ich bin ein bisschen schockiert über mich selber gerade. Wie geil war das denn bitte? Ach, wenn man es einfach drauf hat, weißt du? Wenn man es einfach drauf hat. Ist es einfach... Voll geil. Oh Gott. Kletterpartie. Da habe ich schon gestern gesagt, da freue ich mich jetzt schon echt doll drauf. Kletterpartie wird bestimmt super. Ich hoffe, wir kriegen ein neues Tape. Jetzt bin ich gerade voll angefixt. Das haben wir sehr gut gemacht. Also das haben wir wirklich verdammt gut gemacht, das Tape. Vielen Dank.